Geh Laufen für die Seele und nicht für die Kalorien. Ja, was steckt da dahinter? Gut, folgendes. Laufen ist ja im Allgemeinen bekannt dafür, Sport zu betreiben, das Herz-Kreislauf-System zu stabilisieren, den Herzmuskel zu kräftigen, den Stoffwechsel zu optimieren. Und in diesen Aspekten ist das Laufen, Joggen, was auch immer bekannt. Man kann ja nicht laufen mit 5,5, 6,5 bis zu 7 Stundenkilometer, je nachdem, wie leistungsfähig man ist. Was ich festgestellt habe, ist, dass es Menschen gibt, die natürlich immer aus diesem Vorhaben, laufen zu gehen, was für die Gesundheit zu tun, einen kleinen Battle daraus machen. Entweder Sie haben Freunde, Bekannte oder sind in einer Gruppe, wo es natürlich individuelle Leistungsmarker gibt. So, und jetzt nimmt sich jeder vor, Tagesbestzeit zu laufen, besser wie der andere zu laufen, gegen sich selbst zu laufen, sozusagen einen Wettbewerb aufzubauen. Ja, es gibt viele Menschen, die brauchen das, für die ist es auch gut. Und wenn sie sich Ziele setzen, wenn sie sich Grenzen setzen, nur, jetzt kommt das nur, es gibt halt auch Menschen, denen tut das nicht gut. Wir kommen raus aus dem Stressbereich, haben den ganzen Tag Druck, Anforderungsdruck, Erfolgsdruck. Wir wollen den eigenen Forderungen, den eigenen Anforderungen gerecht werden. Übt sozusagen Druck aus, fühlt sich nicht homogen an. Wir kommen in den Bereich, dass der Körper etwas mehr Säure produziert, dass die HRV, die Herzratenvariabilität nicht rund läuft. Der Puls ist ein bisschen zu hoch, der Cortisolwert ist zu hoch. So, und jetzt kommen wir noch her und sagen so, aus unserem Vorhaben, was für Gesundheit zu tun, machen wir ein Battle. Das Krasse daran ist, dass sich dies für viele natürlich gut anfühlt, denn sie haben sich ein Ziel gesetzt, sie liefern ab, es gibt Anerkennung, ich habe es geschafft, ich bin besser wie gestern, ich bin besser oder besser wie die meisten in der Gruppe. Es gibt Anerkennung und durch dieses maximale Pushen ist danach auch eine Befriedigung da. Eine Befriedigung auf körperlicher Ebene und auf mentaler Ebene. Nur ich habe festgestellt, dass es ganz viele Menschen gibt, denen würde es ganz oft gut tun, aus diesem Battle, aus diesem Wettbewerb, was Entspanntes zu machen. Entspannt laufen zu gehen. Nein, wir müssen nicht in einer Stunde acht Kilometer weit laufen. Wir müssen auch in einer Stunde nicht 1200 Kalorien verbrennen. Kann man, muss man nicht. Es gibt Menschen, denen tut es gut, und es gibt viele Menschen, die ich kenne, die eben schon Druck haben im Business, Druck haben vielleicht im sozialen Bereich, im familiären Bereich. Für dies ist es besser. Laufen für die Seele. Ja, laufen zu gehen, einfach mal raus laufen zu gehen, gar keine Uhr anzuhaben, keinen Puls zu messen, keine Strecke zu messen, sondern einfach nur laufen des Laufenwegens. Laufen, gleichmäßig dabei atmen, die Natur genießen, den Geruch genießen, die Geräusche genießen, die Freude an der Bewegung. Einfach ohne irgendwelche, der Atemkopf, irgendwelche Pulsmessungen, ohne irgendwelche Strecken. Das ist meine ganz, ganz große Empfehlung für viele Menschen, die sich gestresst fühlen, für viele Menschen, die innere Unruhe haben. Einfach mal aus dem Laufen einen sogenannten meditativen Zustand zu machen. Und das geht natürlich nur, wenn unser Gehirn nicht ständig im Kontrollmechanismus ist. Überprüfungsmechanismus, ist der Puls richtig, laufe ich schneller genug, schaffe ich das auch in der Stunde, meine Grenze zu erreichen. Wenn man das alles einmal rausnimmt und nur laufen geht, das Laufens will. Die Augen offen hat, gleichmäßig atmet, schön Tiefluft holt. Das, was man da tut, genießt. Auch mal den Kopfhörer unterlassen, mal gar nichts auf dem Ohr. Einfach nur ganz geschmeidig, gechillt laufen. Jetzt sagt dir Andreas, wie soll denn geschmeidig, gechillt laufen gehen? Wie ist denn das möglich? Ja, wenn man es nicht kennt, wenn man es noch nicht ausprobiert hat, dann geht es nicht. Ich habe im Spätjahr, das war im September, angefangen, mich auf einen 55 Kilometer Marsch vorzubereiten. Ja, und da war natürlich auch die Benchmark, eben viele Kilometer zu schaffen, ohne sich maximal zu verausgaben. Eben die Dosierung auf 55 Kilometer. Da habe ich am Anfang natürlich auch extrem gepaced und hatte teilweise eine Gehgeschwindigkeit von 5,8 Gehend, von 5,8 Kilometer pro Stunde. Das war fast schon Joggen. So, und das habe ich eine Beige gemacht. Hat sich relativ gut angefühlt, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe. und irgendwann einmal bin ich hergegangen und habe alle Parameter ausgeschaltet. Das war irgendwann im Dezember. Alle Parameter ausgeschaltet, kein Kontrollmechanismus, kein Puls, gar nichts. Und dann bin ich ultra langsam gegangen. Also ich bin jetzt auch nicht Joggen gewesen, sondern ich bin einfach nur spazieren gegangen. Also tatsächlich spazieren, nicht wandern, nicht Powerwandern. und habe mal versucht, die Gehgeschwindigkeiten, die Atemgeschwindigkeit anzupassen. Ich kann euch sagen, das war am Anfang super schwer, weil innerlich wollte ich schneller laufen, aber ich habe mich ganz bewusst ausgebremst. Und ja, ich bin mir vorgekommen, als ob ich gar nicht laufe. Manchmal habe ich mir gedacht, sag mal, bewegst du dich überhaupt vorwärts? Und das Faszinierende war, danach, ich bin über eine Stunde so was spazieren gegangen, 1,5 Stunden. Ich war danach extrem gechillt. Ja, klar. Warum? Weil natürlich, immer wenn wir in Eile sind, immer wenn wir denken, wir müssen viel, schnell viel erreichen, entsteht in unserem Innen auch ein Ungleichgewicht. Ihr müsst euch vorstellen, immer dann, wenn wir uns Druck machen, dann ist es natürlich so, dass das Hormonsystem, dieses kleine Reagenzglas, das wir uns selbst verabreichen, hat eine andere Hormonzusammenstellung, wie wenn wir entspannt, ruhig, ohne uns irgendwelche Ziele zu nehmen, vor uns hinlaufen, gechillt laufen, entstresst laufen. Und genau das ist das, was ich heute mit diesem Gespräch hier, mit dieser Unterhaltung, euch mitgeben möchte. Macht euch mal da Gedanken drüber, dass ihr in Zukunft auch mal solche Sporteinheiten einlegt, sei es im Krafttraining, sei es im Ausdauersport, wo ihr einfach mal ganz gechillt trainiert. Man kann zum Beispiel auch Krafttraining ganz gechillt machen. Indem ich einfach eine wesentlich kleinere Handel nehme, wie ich normalerweise gewöhnt bin, und jetzt in den Bewegungs- und Atemrhythmus reinkomme, Slow-Mo, ganz langsam trainiere, ohne mich zu beeinflussen lassen von irgendwelchen Erwartungen, von irgendwelchen Förderungen. Ich bewege mich einfach ganz langsam und passe den Atemrhythmus an. Super langsam, mit super leichtem Gewicht, auch das ist Bewegung. Das ist eine Wohltat, eine Streicheleinheit für ganz viele Menschen, für die Seele. So, das soll einfach mal für euch die Alternative sein für das Ballertraining. Die Alternative für das Ergebnistraining. Einfach eine Bewegung, ein Vorhaben, um den inneren Pendel auszugleichen, den Wettbewerb rauszunehmen, zu chillen, dafür zu sorgen, dass ihr euch wohlfühlt. Das ganz bewusste Bewegen, das ganz bewusste Atmen, das geht tatsächlich, wenn wir einmal Slow einmal uns ausbremsen, unsere natürliche, instinktive Bewegungsgeschwindigkeit, wobei die ist nicht instinktiv, die ist nicht mehr instinktiv, die ist getriggert. Ich habe ganz viele, die kommen hier zu mir her, zum Personal Training, zum 1 zu 1 Training morgens, und die haben ganz unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeiten. wenn ihr bewegt sich ultra schnell, atmet ultra unrhythmisch, dann muss ich immer wieder darauf hinweisen, zu sagen, hey, trainier langsamer, mach die Bewegung langsamer, pass deinen Atemrhythmus, den Bewegungsrhythmus an. Das gelingt dann auch nach 10, 15 bis 20 Minuten, wenn wir diese Bewegungstaktik in Form von Geschwindigkeit rausgenommen haben, denn er hat es angepasst an seinen Job, er hat ultra viel zu tun, hat sehr viel um die Ohren und damit er den ganzen Tag das alles, was er sich vornimmt im Business, erreichen kann, hat er sich angewöhnt, ultra schnell zu gehen, ultra schnell zu reden, sich ultra schnell zu bewegen. Und das ergibt einmal, summa summarum, unterm Strich, Unruhe. Er selbst spürt es gar nicht mehr, weil er sich nicht daran gewöhnt hat. Das ist völlig für ihn normal. Wenn ich ihn auffordere, langsam zu machen, ist es für ihn krass anstrengend. Wenn er es dann aber durchzieht, am Ende vom Training sagt er immer, hey, Andreas, das war so mega, ich fühle mich gerade so entspannt, ich fühle mich gerade so wohl, ich kann so wieder richtig schön durchatmen. Ja, weil diese langsam, bewusste Bewegungsgeschwindigkeit, was müssen wir dafür tun? Wir müssen auf unserem Rhythmus raus, aus unserem antrainierten Rhythmus und dazu muss unser Gehirn uns reduzieren in der Bewegung, in der Denk- und Handlungsgeschwindigkeit. Und das ist das, was dann sich nachher so wunderbar, angenehm anfühlt. So, das wäre das, was ich euch unbedingt mitgeben möchte, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Ihr könnt mit folgendem anfangen. Wenn ihr in Zukunft jetzt einmal aufsteht und ihr geht zum Beispiel an den Kleiderschrank und holt eure Jacke raus, ihr wollt gehen, geht mal bewusst langsam. Wenn ihr die Treppen runterlauft, geht bewusst langsam. Schaut euch mal jede Treppe an und lauft die Treppe nicht in Gedanken versunken, in irgendeinem Businessprojekt, sondern bleibt mal im Hier und Jetzt. Eine Treppenstufe nach der anderen. Wenn ihr aufs Auto zugeht, lauft langsam, ganz bewusst langsam. Habt die Augen offen, atmet tief ein aus. Sollt ihr euch ein Mensch über den Weg kommen, drüber laufen, schaut ihn an, lächelt ihn an, steigt langsam ins Auto aus, drückt den Starkknopf, halt langsam aus. Keine Hektik, nicht schnell weg, sondern einfach mal ganz gemütlich. Nehmt euch dafür etwas mehr Zeit. Räumt euch dafür etwas mehr Zeit an, genau für solche Sachen. Fangt mal damit an. Ich kann euch garantieren, wenn ihr das macht, ihr werdet den Unterschied merken. Ihr fühlt euch innerlich auf einmal viel entspannter. Ja, weil ihr natürlich an eurem Hormonstatus arbeitet. Dieses bewusste langsam bewegen, dieses bewusste Wahrnehmen, allen von dem, was wir tun, auch die Atmung, dafür müssen wir unser Gehirn benutzen. Das muss dafür Aufmerksamkeit bringen. Dann können wir nur tatsächlich eine Sache machen. Denn in der Regel, wenn ihr die Jacke anzieht, habt ihr schon wieder Gedanken, was muss ich alles machen, an wen muss ich alles denken. Nächster Anruf, nächste E-Mail, nächstes Posting, nächste Kunde, der kommt. Habt ihr alles im Kopf. Mit diesen Gedanken lauft ihr runter, automatisiert im sogenannten Autopilot und irgendwann kommt ihr tatsächlich an der Stelle an und dann denkt ihr darüber nach, wie bin ich jetzt eigentlich gefahren? Ich war Autopilot, fuck, was ist da los? Ja, genau das ist für mich heute der Anlass, genau dir das mitzuteilen, dass du dir darüber Gedanken machst. Ja, und wenn du jetzt sagst, Andreas, du hast recht, ich spüre es, ich fühle es, ich solle da dringend dran arbeiten. Aber, weißt du was, ich brauche da Unterstützung, ich brauche da eine Führung, ich brauche da jemanden, der mich daran erinnert, ich brauche da jemanden, mit dem ich kommunizieren kann über dieses Thema, ich brauche da jemanden, der mich an der Hand nimmt. Ja, dann kannst du jetzt unten in die Show Notes reingehen und da findest du meine Landingpage und da steht andreas-trienbacher.com und da kannst du jetzt hergehen und kannst dir deinen Wunschtermin eintragen und ja, dann haben wir in Kürze unser erstes gemeinsames, kostenfreies Strategiegespräch. Und dann kann ich dir erklären, auf was du alles achten kannst, wie du am besten strukturiert vorgehst, dass du aus dieser gesunden Sache nicht nur eine vorübergehende Maßnahme machst, sondern wie du das langfristig in deinen Tagesablauf implementierst und daraus eine extrem gesunde Routine praktizierst. So, jetzt bist du dran. Einmal bitte eintragen und da haben wir in Kürze unser Vergnügen. Bis dahin, mach's gut und bleib gesund!